So Leute, heute und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ich bin's Zadolo und dieses Video ist ein ganz besonderes Video, denn in diesem Video werdet ihr eine Montage sehen zu meinem... Naja, ich bin jetzt nicht wirklich maxed out in der Strecke, aber eigentlich schon. Ich bin, ich hab alle Waffen, alle Fähigkeiten. Bin im Battle Pass Stufe 150, ich weiß, man kann dann noch weiterspielen. Aber man kriegt halt nichts mehr, ich bin auch mit allen Fraktionen Level 10. Deswegen kommt jetzt heute einfach ein Max Out Special, weil das klingt gut. Und ich hab euch ja versprochen, noch eine Zeigestufe 150 Special zu machen. Jetzt seht ihr also eine 40 Sekunden Montage. Von kein Plan. Ja, so, das warst du auch wieder mit diesem Video. Video, äh, lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut doch gerne bei Kein Plan vorbei, wenn ihr weiter solche geilen Montages und Exos sehen wollt. Joint mal im Discord-Server, wenn ihr ihn nicht verpassen wollt. Und, ja, das war so ein sehr kurzes Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.